Am Nachmittag legte sich das Christkind in sein Kinderbett und schlief eingeschlafen. Seine Mutter kam zu ihm hin, schlief es voll der Freude und sagte zu ihm, «Bist du ins Bett gegangen, mein Kind? Schlaf schön. Ich gehe unterdessen in den Wald und sammle eine Handvolle Erdbeere für dich. Ich weiss doch, du freust dich darüber, wenn du aufgewacht bist.» Daraus, im Wald, fand sie ein Plätzchen mit den schönsten Erdbeeren. Als sie sich aber gerade gebückt hat, um eines abzuzwacken, kam aus dem Gras eine Nattern zu Gumpen. Sie verklüpft, lässt die Beere fallen und pressiert davon. Nattern, schiesst sie nach. Aber die Mutter Gottes, das könnt ihr euch denken, die weiss gut der Art. Sie versteckt sich hinter einem Haselstrauch und bleibt dort so lange stehen, bis sich die Nattern wieder verkrochen hat. Dann liest sie die Beere zusammen und wo sie sich auf den Heimweg macht, sagt sie, «So, wie dieser Haselstrauch das mal mein Schutz war, so soll er es auch in Zukunft sein für andere Menschen.» «Darum ist seit ältester Zeit ein grüner Haselstrauch der beste Schutz gegen Nattern, Schlange, Schlange und was sonst noch auf der Erde rumgekreucht und fliecht.» «Darum ist seit ältester Zeit ein grüner Haselstrauch der beste Schutz gegen Nattern, Schlange, 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 Schlange. Schlange, 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 Schlange passenger, Lisa robi, Schlange, 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 Schlange. Schlange wir jetzt noch auf der Erde rumgekre estaban.